10 Sekunden Warte-Challenge hat ja letzte Woche ganz gut funktioniert. Ist noch ein Item bekomm... Mann, dieses Driftverhalten von diesem Kack... Tja, ich weiß nicht, warum der Rote mich nicht wollte, aber ich hab... Okay, richtig ein Shortcut? Nein. Tja, hat ihn jetzt eingesetzt. Tja, nein, der wusste mehr als ich! Deswegen jetzt in dieser Woche die Challenge. Gewinne ein Rennen ohne Driften mit Peach auf dem Roller, mit Holzreifen und Blumengleiter. Du Kek. Let's go! Okay, die Lobby scheint sich sehr sicher zu sein, dass sie Excitebyte haben wollen. Warum ist die Map so beliebt? Ich raff das nicht. Ja, wir haben zwei Leute mit über 13.000 Punkten, der Rest ist mehr oder weniger in meiner Range. Und das sind aber nur Franzosen, sollte also kein Problem sein, oder? Und das Tolle ist, ja, wir können diesmal beim Start mitmachen, nicht so wie in der zweiten Challenge, wo ich 10 Sekunden warten musste. Und ich seh schon wieder, guck mal, die fahren hier alle Pünktchen-Card. Ich fühl mich übrigens sehr, sehr langsam. Oder diesen Bärenbolinen. Boah, alles solche Meta-Opfer hier. Das ist ja unfassbar. Ich als Peach auf meinen coolen Roller mach die jetzt alle fertig. So, wir können jetzt mal checken, wie unser Wendekreis ist. Er wäre gut gewesen, wenn der Yoshi uns nicht nach außen transportiert hätte. Das Tolle ist an dieser Map ja, dass es hier nur eigentlich zwei Kurven gibt, wo man überhaupt driften kann. Ist eigentlich eine gute Map für unsere Challenge. Ach, ist das ungewohnt, wenn man überhaupt gar nicht driften darf. Ich komme so halt auch überhaupt nicht nach vorne, ne? Wir haben ja zwei Pilze. Wir können mal versuchen, hier ein bisschen so die Abkürzung zu nehmen. Okay, das wird ja gar nichts. Okay, ich glaube, diese Map ist es dann doch nicht. Obwohl man hier wenig driftet, ist es keine Map für uns. Weil man halt auch nichts aufholen kann. Du kannst die ganze Zeit nur Tricks machen. Und das Einzige, was du hier überhaupt in dieser Map machen kannst, ist dieses Driften, dass du schön nah an der Bande irgendwie driftest und gute Eidens bekommst. Mehr hast du ja gar nicht an Auswahlmöglichkeiten in dieser Map. Komm, gib mir noch gute Eidens in der letzten Kurve. Stern, okay, ist gar nicht so bad. Vielleicht werden wir noch Sechster. Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, Matthias. Matthias ist einfach zu schnell, aber die rammen wir doch weg. Der Sonnenflughafen ist ein sich auch eine gute Map, um nicht zu driften, weil die Kurven alle sehr, sehr weit sind. Nicht, dass wir das bräuchten mit unserer coolen Kombo, wo ChetGPT übrigens sehr gnädig mit uns war, oder? Dass es uns einfach einen Roller gegeben hat, die ja sowieso schon diesen Inward-Drift irgendwie haben. Obwohl ich natürlich nicht drifte. Ich weiß gar nicht, ob das auch beim normalen Fahren irgendwie eine Auswirkung hat. Aber es fühlt sich so an, als wenn wir sehr weit weiter innen. Oh Gott. Äh, die Kurve nehmen. Okay, hier hat es mal nicht gelangt. Alles klar. Ja, wer das zum Beispiel noch nicht wusste, es gibt ja bei den Karts zwei verschiedene Drift-Varianten. Diese Roller und so, die haben halt diesen Inward-Drift, dass du weiter in die Kurve reingehst beim Driften. Und diese normalen Karts, die driften halt so nach außen. So physikmäßig. Ich weiß nicht, ob das in echt auch so ist. Ob das bei Motorrädern so ist. Ob die immer innen bleiben. Ne, die werden ja eigentlich auch nach außen gedrückt durch die Physik. Hm. Kann ich euch nicht erklären, Leute. Aber so ist das ja auf jeden Fall bei Mario Kart, soweit ich das weiß. Na, den pinken Yoshi, den mag ich nicht. Stirb, pinken Yoshi. Wir sind einfach Zweiter in der letzten Runde. Oh nein. Come on. Das könnte actually wirklich was werden. Oh, wir haben einen roten Panzer. Wir können den roten Panzer von dem vor uns wegmachen. Bringt uns jetzt nicht so viel. Aber das ist ja schon mal weg, falls wir ihn irgendwann nochmal überholen. Was ja auf jeden Fall passiert. Diese fucking Kurve. Was ist mit der los? Oh, noch ein blauer. Oh, der ist gleich hier vorne. Wir müssen nur noch die beiden überholen. Okay, danke für den Boost. Und jetzt noch ein cooles Item bekommen. Irgendwie einen roten Panzer oder so. Und der sich nicht beschützen kann. Nein. Oh, wir haben tatsächlich den roten Panzer bekommen. Das Spiel hört mir zu und ist nett zu mir. Und dann werde ich da einfach in der Luft rausgefischt oder was? Oh man, das hätte tatsächlich was werden können, wenn der uns nicht in der Luft getroffen hätte. Ich fass es nicht. Das wäre die schnellste Challenge ever gewesen. Oh, die Maps sind alle kacke. Ich nehme Athen. Diese ganzen Tourstrecken sind nämlich alle richtig, richtig breit, muss ich sagen. Also da braucht man das Zwischen wirklich nicht. Guck, da sind wir schon der Erster. So, das muss jetzt nur noch drei Runden lang so bleiben. Und dann sind wir mit die Challenge gewonnen. Ja. Ich finde das irgendwie so witzig, dass wir die letzten Male immer nur so vier oder fünf Runden brauchen, um die Challenges zu schaffen. Okay, wollte ich sowieso nicht haben. Du blöder Buchu, nimm mir doch mein ganzes Geld weg. Wir sind wirklich der Erste. Komm, die überholen uns einfach nicht. Man braucht ja keine Drifts. Okay, doch. Da merkst du dann das halt schon, ne? Dann driften sie ja nicht vorbei mit ihrem supertoll Speed. Finden die sich alle ganz toll, dass sie ihren Drift Boost haben. Ja, ja. Achso, äh, apropos Challenges. Ich wollte mich aber bedanken, dass die letzten beiden Challenges tatsächlich so im Vergleich sehr gut angekommen sind. Das kann jetzt auch an den Thumbnails liegen, die wirklich perfekt aussehen, dank dem lieben Conny. Aber so vom... Oh, wieso hat mich der nicht getroffen mit seinem Stern? Äh, so vom allgemeinen Tenor und was ich so gehört hab, fandet ihr die Videos ganz gut. Und die Aufsatzpunkte waren auch gut. Und da wollte ich mich einfach mal bedenken, weil dann hat man mehr Motivation, noch weitere Videos zu machen, mehr Challenges zu machen. Ich finde diese Challenges auch tatsächlich lustig zum Aufnehmen. Es ist noch was Neues, als einfach nur ganz normal rumzufahren. Ich wollte nicht lernen, meine neue Kart-Kombis kennen. Weil davor bin ich ja niemals mit dem Roller gefahren. Das ist jetzt das aller, allererste Mal, dass ich überhaupt mit einem Roller fahre. Ich wusste nicht, wie man in MK8D mit dem Roller fährt. Ich bin das mal auf der Wii gefahren. Welches Mario Kart war das? Mario Kart 6? 5? I don't know. Auf jeden Fall sehr alt. Da konnte man noch den Controller so nach oben duddeln. Dass man dann so ein Wheelie gemacht hat. Das war ganz cool. Wieso haben sie das denn eigentlich bei Mario Kart 8 weggenommen? Ja, aber das war meine letzte Erfahrung in Mario Kart 8 mit Rollern. Oh, schon die dritte Runde. Hä? Hä, wie schnell ging das denn? Da rede ich so einmal kurz irgendwas und wirst einfach dritter wie... Die Map war eigentlich gar nicht so schlecht. Hätte ich nicht so viel gelabert und mich mehr konzentriert, dann wären wir eventuell... Ah, weiß man nicht. Auch egal. Hauptsache ich kriege Punkte. Cheap, Cheap Strand! Wenn wir der Tradition treu bleiben, dann müsste ich ja als erster werden. Oder in der nächsten Runde. Da muss man gar nicht so viel twiften, ne? Am Ende. Das Ende wird vielleicht ein bisschen Kacke werden. Okay, am Anfang ist es vielleicht doch ein bisschen Kacke. Aber sonst ist die Map, glaube ich, ganz nett. Wir fischen hier mal irgendjemanden aus der Luft. War das irgendwie Yoshi? Ja, Yoshi knall ich immer gerne ab. Und wir können einfach mal hier unten langfahren. Weil diesen Weg kennt immer keiner. Dieser Weg wird viel zu selten gefahren. Dabei gibt es hier so viele schöne Sachen. Zum Beispiel Rampen und Münzen und ein Cheap Cheap, der da langfischt. Fischt? Schwimmt? So, hier bin ich jetzt gespannt. Kommen wir hier ohne twiften gut lang? Nein, okay. Ich muss auf jeden Fall vom Gas runtergehen, um hier gut... Wow! Um die Kurven zu kommen. Ne, das ist irgendwie nicht so geil. Also da werde ich sehr, sehr viel Zeit verlieren. Bei dieser letzten Kurve. Oh, du Kackpichettmann! Wir sind doch eine Person, du kannst mir doch nicht mein Doppelite wegnehmen. Vor allem, wenn ich nicht driften darf, dann fahre ich jetzt hier rechts lang. Wir gucken uns jede Seite einmal ein, einmal links, einmal rechts und dann in der Mitte. Ja, weiß ich nicht. Also um hier erster zu werden ohne twiften, müssen wir wirklich einen riesen Vorsprung haben. Guck mal, wie viel Zeit ich hier verliere in dieser allerletzten Kurve. Das ist doch dumm. Obwohl, theoretisch dürfte ich ja hüpfen, nicht wahr? Hüpfen geht, nur driften nicht. Danke. Ist ja nicht so, dass ich sowieso schon Siebter war. Da kann man ja gerne nochmal einen grünen auf hier raufballern. Und letzter, danke. Tschüss. Und ich werde natürlich noch getroffen. Ja, überholt mich ruhig alle. War sowieso ein Renn. Das wird Minus geben. Belastend. Yoshi's Island. Wenn wir hier Pilze bekommen, dann können wir wenigstens durch den Wasserfall durch. Aber apropos belastend. Kennt ihr den Moment, wenn euch jemand etwas sagt und es euch für tagelang glücklich, aber gleichzeitig auch sauer macht? Und ihr deswegen dann in der Nacht nachdenklich aufwacht, zu wenig Schlaf bekommt, weil ihr die ganze Zeit rumgrübelt und euch dann so viel Workload aufladet, damit ihr euch nicht mehr damit beschäftigen müsst. Ach so, nicht. Ja, wäre ja auch absurd, ne? Well, anyway. Okay, drei Pilze. Damit könnten wir zumindest jetzt diese eine Abkürzung dann nehmen. Die sollte ja an sich auch gehen, wenn man nicht driftet. Okay, back. Wow, okay, war ja doch. War knappi. Aber damit haben wir schon mal sehr viel aufgeholt. Oh, drei rote. Mega gut. Und ich sehe auch schon... Oh, wieso musst du mich treffen? Hat er meine roten alle kaputt gemacht? Jetzt kommt doch der blaue und trifft mich auch. Ist das dein f***ing Ernst? Das ist immer die behinderteste Scheiße ever. Du bist nicht mal Erster und wirst vom Blauen getroffen. Aber irgendwie passiert mir das auch jedes Mal. Wenn ich ihm ausweichen will, nach links oder rechts, dann fahre ich genau dahin, wo auch der Blaue dann hingeht. Das habe ich noch nicht so raus, wie der Blaue sein Pathfinding macht in dieser Map. Der ist ja nicht permanent in der Mitte, sondern der fährt immer da, wo man selber ist. Weiß ich gar nicht. Hat der da auch so ein Auto-Aim drin? Kann schon sein. So, diesen Pilz sollten wir uns an sich auch wieder aufbewahren für die... Okay, we got another Pilz für die Abkürzung. Okay. Ist der Affe da eben runtergefallen? Richtiger Ape. Oh man, das ist echt kacke. Ja, das wird wieder nix. Da hilft mir auch kein Stern mehr weiter. Ich finde, man bekommt auch viel zu viele Pilze auf den hinteren Plätzen irgendwie. Statt irgendwas Cooles immer nur Pilze. Voll lame. Okay, das war jetzt Strecke 5. Hm. Diese Challenge scheint schwieriger zu sein als die anderen Challenges. Oder ich habe weniger Glück. Obwohl. Ach nee, es sind weniger Franzosen drin. Vorhin waren mehr drin, glaube ich. Wären die Franzosen geblieben, dann wäre es, glaube ich, eine einfache Challenge gewesen. Es ist Regenbogenboulevard geworden. Und dann auch noch die schlimme Regenbogenboulevard, wo man gleich in der ersten Kurve richtig hart driften muss und voll viel bremsen muss, damit man nicht runterfliegt. Komme ich da überhaupt... Nee, nee. Oh mein Gott, ich kann nicht Vollgas geben. Ich muss mega vom Gas runtergehen oder bremsen, um hier überhaupt rumzukommen. Das Gute ist, sehr, sehr viele haben hier auch Probleme bei der Kurve, überhaupt rumzukommen, dass sie da immer runterfallen. Mit driften kann ich das recht gut. Aber ohne ist natürlich echt belastend. Alles ist belastend. Die Situation, die ich eben geschildert hatte, hatte ich übrigens... Das war quasi mein Jahr 2024 bisher. Obwohl das jetzt in den letzten Tagen ein bisschen besser geworden ist. Grübeln tue ich trotzdem noch sehr viel. Aber es hat sich ein bisschen was getan. Danke. Natürlich trifft mich der letzte Feuerball. Da klar. Hm, actually geht das sogar einfacher, wenn du hier einen Stern hast. Das wollte ich gerade sagen. Wäre ich nicht runtergefallen, dann hätte die Aussage auch Sinn gemacht. Ach man. Okay, ich glaube, das wird auch nichts. Actually, könnt ihr einfach mal probieren, wie es ist, mit dieser f***ing-sch***-Kombo zu driften. Ob das überhaupt funktioniert. Ich probiere jetzt noch einmal, wie es ist, wenn ich hüpfe und dabei irgendwie... Oh ja, funktioniert... Nein, das funktioniert überhaupt nicht. Wie komisch driftet die denn bitte dann? Also nicht driftet, aber sie springt so komisch. Ich fahre jetzt ganz normal. Ich gucke mal, wie diese Kombo sich allgemein fahren lässt, damit ich überhaupt mal weiß, wie es ist, mit so einem Motorrad zu fahren. Also bei den Videos, die ich so gesehen habe, da haben die alle immer so gesagt, ja, ist voll schlimm mit diesen Motorrädern, damit kommst du überhaupt nicht klar. Das Inward-Drifting ist richtig komisch. Aber an sich, ich finde das bisher nicht so kacke. Also zumindest in der Regenbogen-Boulevard-Strecke. Komm, Mann. Ganz gut weiter. Es hat mir halt gar nichts gebracht und ich falle trotzdem runter. Ich werde letzter. Ja, nice. Also das passiert, wenn ich mit dieser Kombo versuche, normal zu fahren. Dann werde ich einfach Zeta. Top. Oh, das war Strecke 6. Wie lange soll denn diese Challenge gehen? Ach ja, schön, die Weihnachtsmap. Die ist doch auch eigentlich ganz nett. Doch ihr könnt mir aber mal sagen, wie ihr mit so einer Situation umgehen würdet, wenn ihr irgendwie über Sachen nachgrübelt. Wollt ihr euch dann auch ganz viel Workload, also Arbeit, die ihr machen könnt? Oder lenkt ihr euch irgendwie anders ab mit Spielen oder was weiß ich? Dass ihr daran nicht denken müsst? Also prokrastiniert ihr eure Problem finden, so wie ich? Oder was macht ihr? Sprecht ihr dann mit der Person darüber? Oder, keine Ahnung, was kann man das sonst noch machen? Schreibt ihr euch Ideen auf, wie man dieses Problem lösen könnte? Packt ihr es einfach mal an? Wäre ja auch eine Idee. Actually, sind das gute Tipps, die ich hier gebe? Die sollte ich vielleicht einfach mal beherzigen. I don't know. Ich weiß noch gar nicht, wie viel ich hier davon erzählen sollte. Wahrscheinlich nicht so viel. Komm, wir sind wieder spaßig. Hier, haha, Mario Kart. Der André ist hinter uns. Funny, funny, wir sind Dritter. Was ist vor uns? Wir haben ein Yoshi und eine Pichette, beide in einem Pünktchenkart vor uns. Pünktchenkarts sind doch schlecht, das ist doch eine alte Meta. Wer fährt denn heutzutage noch Pünktchenkart? Das ist ja so Anfang 2023, ha, solche Loser. Ich glaube, die können wir actually tatsächlich überholen. Guck mal, da sind wir schon erster. Wenn sich zwei streiten, freut sich die Dritte. Hallo, nicht überholen. Ich habe gesagt, dann freut sich die Dritte. Und ich bin die Dritte, weil ihr beide... Ach nee, Pichette ist natürlich auch ein Mädchen, ne? Na, weiß man nicht. Ist Pichette tatsächlich eine Frau? Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist ja irgendwie eine Mischung aus einem Toad und einer Kitsch. War das nicht so? Oh Gott, Lore. Lore-Wissen. Dizzy's Lore-Wissen bei Mario. I don't know. Oh, wenn der Sepp noch meine Videos gucken würde, der würde bei jedem Video wieder rumwagen, wenn ich irgendein Lore-Wissen von Mario hier anbringen würde. Ach, gute alte Zeiten. Gute alte Zeiten. Okay, komm, wir streichen uns jetzt mal an. Ich habe keinen Bock, hier noch länger rumzulabern. Das ist schon die siebte Strecke. Oh mein Gott, jetzt ist die Peach-Head aber weit vorne. Kann das bitte auch einfach zählen? Ich meine, wir sind beide Peaches. Wenn eine Peach gewinnt, dann ist das doch schon ein Sieg für die Peach-Area oder nicht? Oh, ein blauer. Actually, mega gut. Wir müssen jetzt nur noch... Aber der hat eine Tröte. Bitte, tröt sie weg. Yoshi, tröt sie doch weg. Hä? Treff sie, treff sie, treff sie. Der hat noch einen roten. Was soll ich machen? Moment. Bitte schieß nicht den roten, bitte schieß nicht den roten. Wie bin ich denn jetzt noch erster geworden? Hä, wie bin ich denn jetzt erster geworden? Das war ja mega unverhofft. Einfach nur durch Pilze? Hä? Ich glaube, wie kann ich darauf einstellen, dass ich gerade erster werde? Okay. Strecke sieben war es anscheinend. Oder acht? Wild, aber wir haben es geschafft. Das war eine... Guck mal, guckt euch diese schöne Grüne an. Alles klar. Eis, Weihnachts-Map ist cool. Gut, dann danke für's Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss.